Ich war schon öfter im Winter hier, aber so eine Geisterstadt habe ich hier noch nie erlebt. Die nehmen das bis auf die Strand Boys doch ziemlich ernst. Diese Quarantäne. Warum heißt es eigentlich Quarantäne? Weil es um 40 Tage ging, glaube ich. Aber diesmal machen sie nicht eine Quarantäne daraus, sondern machen Pfingsten, Pentaginta daraus.